Hallo meine Lieben, ich grüße dich, ich bin deine Kuiay Lorena. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt hier die Möglichkeit habe, jetzt bei dir zu sein und tatsächlich den weiteren Verlauf von unserer Rauhnächte mit dir zu teilen. Heute an dieser Nacht haben wir die fünfte Rauhnacht gefeiert, die zu dem Mai 2023 dazu geordnet ist. In diesem Mai 2023, es ist interessant, wie die Verbindung zwischen April und Mai so aktiv ist. Im April haben wir über unsere Familie viel nachgedacht, mit dem Orakel auch Kontakt aufgenommen und natürlich auch an unsere Träume geachtet. Bei diesem Mai gibt es so wie eine Art von Vorsetzung von April. Und zwar, es geht um das Thema Loslassen und das kollektive Thema ist auch das Thema, was Tod bedeutet. Was bedeutet für dich Tod? Bei uns im Schamanismus, wie ich es öfter sage, wir sterben und werden neu geboren, jeden Tag. Was bedeutet das? Wir Menschen haben ein bisschen Angst vor Sterben, wir haben Angst vor dem Tod, weil wir das Gefühl haben, wenn jemand stirbt, werden wir diesen Menschen nie wieder sehen. Interessanterweise, unsere Geist, unser Körper, unsere Seele sind Bestandteil von unserem Ich. In einem anderen Video haben wir darüber noch gesprochen, was ist der Unterschied zwischen Geist und Seele. Wenn du Interesse hast, dass wir es nochmal machen, vielleicht getrennt von anderen Themen, gerne, gerne würde ich mit dir teilen, was dieses interessante Thema ist über unser eigenes Selbst. Jedenfalls, jetzt möchte ich mit dir über das Thema Tod sprechen. Tod oder zu sterben bedeutet nicht anderes, als einen Kapitel abzuschließen. Es stirbt etwas. Ein Teil von uns stirbt. Und wenn wir sterben, bedeutet das, wir verlassen unser Körper mit unserem Geist und unserer Seele. Unser Körper, aufgrund dessen, dass er krank war oder alt oder durch einen Unfall, dann merkt der Geist und der Seele, ich kann nicht weiter hier leben und bleiben. Und dann entscheide ich, zu gehen, loslassen. Das Thema des Todes, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, die wir nicht nur beim Sterben oder krank werden oder wenn wir jemanden verlieren, sehr präsent sich zeigen, sondern auch wenn wir Probleme oder unterschiedliche Situationen erleben. Zum Beispiel stell dir vor, dass du ein Problem hast mit deinem Partner und ihr entscheidet, euch zu trennen. Wenn zwei sich trennen, dann stirbt etwas. Sei es, das stirbt wieder das Vertrauen oder stirbt die Liebe. Alles kann sterben. Und wenn etwas stirbt, bedeutet das, etwas wird losgelassen und dann gibt es eine Chance, dass etwas neu geboren werden darf. Ich möchte dich erinnern. Das Universum verlangt immer nach Gleichgewicht. Wenn ein Kind geboren wird, bedeutet auch als Geschenk für die Menschheit, wenn jemand geboren wird, dass auch jemand den Körper verlassen hat. Es geht um Leben und Tod. Leben und Tod. Jemand geht, jemand kommt. Und das ist das Interessante dabei, dass wir Menschen noch ein bisschen daran zu arbeiten haben. Weil wir glauben und denken immer noch, dass wenn ein Mensch stirbt, er wird nie wiederkommen. Wenn du diesen wundervollen Menschen loslässt, dass er seine Prozesse in der ätherischen Ebene weiter vollzieht, dann hat er danach die Möglichkeit, wenn es seinem freien Willen entspricht, dass er wieder sich Mutter und Vater aussuchen wird und dann die Möglichkeit hat, wieder zu inkarnieren. Wir haben eine Seelenfamilie und diese Seelenfamilie ist eine Familie, die wenn wir sterben, unsere Seelen sie wieder treffen. Wir treffen uns wieder, um viele Themen gemeinsam zu bearbeiten. Und wir entscheiden irgendwann, einen Körper hier im Planeten Erde zu übernehmen, damit wir uns hier wieder auf eine physische Art und Weise wieder treffen können. Kommt ja nicht manchmal so vor, dass wenn du jemanden siehst, das Gefühl hast, dass du ihn oder sie kennst, dann gehörst du deine Seelenfamilie. Manchmal passieren auch Themen oder Situationen, in denen wir uns zum Beispiel verlieben an einen Mensch. Wir lieben einfach einen Mensch. Und danach, was passiert, dass diese Beziehung irgendwann furchtbar beendet. Und trotz allem, es gibt ein großes Problem mit diesem Loslassen. Was bedeutet das? Das symbolisiert, dass dieser Mensch gehört zu deiner Seelenfamilie. Und wenn der Mensch dich nicht loslassen kann, öfters bedeutet es auch, dass es gibt noch etwas, etwas, was wichtig ist zum Loslassen. Damit der Mensch die Situation dich verlassen kann, damit du neue Prüfungen, neue Themen verarbeiten kannst. Wenn du etwas nicht loslassen kannst oder jemanden, bedeutet es, dass du festhältst an jemandem oder an etwas, weil etwas noch gelöst werden will. Nur manchmal passiert es so. Was passiert, wenn ein Mensch, mit dem du eine Beziehung hast, und dieser Mensch ist satt von dir, dass sogar der Gewalt sich zeigt, findest du es gesund mit diesem Mensch weiter zusammen zu bleiben? Ich sage es nein. Und da ist, wo wir lernen, lernen, lernen müssen, an das Thema Selbstliebe. Wenn Schmerz da ist, bedeutet, ich habe etwas zu verstehen. Das heißt, halte inne und versuche, die Situation zu betrachten. Warum tut es mir weh? Hey, was will es mir sagen? Hier gibt es noch mal kein Schuldige. Es geht nur um ein Thema, in dem du eine Narbe hast, die wieder getroffen worden ist. Und deswegen tut es weh. Und wenn etwas tut weh, bedeutet nicht, dass du sofort Abstand halten musst, sondern bedeutet, dass du auf deine Narben aufpassen musst. Ein bisschen Rucksack hilft, aber nicht Rucksack, um von dem Problem wegzurennen, sondern Rucksack, um die Zeit zu nehmen, über die Ursache des Schmerzens nachzudenken. An diese Rauhnacht dürfen wir über den Tod denken, über das Loslassen, über die Themen, die wir wissen, oder die Menschen, Situationen, auch die Süchte, die wir wissen, die nicht gut für uns sind. Es ist die Zeit gekommen, dass diese Themen weggehen dürfen. Und weißt du, was du machen kannst? Wenn du bereit bist, dass dieser Teil von dir sterben darf, weggehen darf, loslassen darf, ich bitte dich darum, verbrenne nichts. Schreibe diese Situation in einem Zettel und du versuchst, dass der Zettel klein genug ist, nicht so ein riesiges Buch, bitte. Mach es klein und dann rollst du dann vorsichtig rein oder so, rollst du die und dann machst du ein kleines Loch in der Erde, irgendwo, nicht so tief, vielleicht so tief, so groß wie dein Zettel ist und dann deckst du die ab mit weiterer Erde. Bedankst du dich danach bei Mutter Erde, weil Mutter Erde ist bereit, diese Beerdigung für dich zu heilen, zu übernehmen, zu transformieren und um dir zu helfen, dass du dieses Thema loslassen kannst. bedanke dich, du bringst deine beiden Hände auf die Erde und du bedankst dich dafür und noch besser, wenn du eine Möglichkeit hast, wenn du auch mal die Florida hast, zum Beispiel das, das ist Schamanenwasser, du kannst ein bisschen Schamanenwasser auf dem Bereich, wo du diese Öffnung gemacht hast und du dich bedankst von Herzen oder vielleicht Rotwein, ein bisschen Rotwein, das bedeutet ja nicht, dass du den Rotwein trinkst, der Rotwein ist für Mutter Erde, Mutter Erde liebt Rotwein, du kannst ein bisschen Rotwein auch schütteln, das liebt sie, weißt du, durch physische Rituale, so wie das, beginnst du auch physisch eine Veränderung in deinem Leben zu hervorrufen. Sei glücklich, sei glücklich im Mai, kumret dich um dich, kumret dich auch um deine Lieben, aber das bedeutet nicht, dass du sie alle pflegen musst, sondern heile die Themen, lasse los die Themen, die dich so festgenagelt haben, die dir deine Freiheit weggenommen haben, lass alles los. Verabschiede dich von diesen schweren Rucksäcken, die dir nicht gehören. Du bist Gold wert und es ist Zeit, dass du deine Freiheit, dein Leben führst, so wie du es brauchst, so wie du es willst, so wie du es von Herzen spürst, weil du großartig bist. Gebe nicht auf, an dich zu glauben, egal wo du bist, ich glaube an dich. Ich glaube an jeden Mensch, der von Herzen bereit ist, Ja, zu sich selbst zu sagen. Von ganzem Herzen eine gesegnete. Fünfte Raum nach vom Mai, in dem die Kraft der Familie nochmal sich zeigt, das Thema Tod loslassen und auch der Krafttier, der Wolf sich gezeigt hat, die Familie. Und die Rune Raido. Raido steht für Kommunikation und für Sachen, die dadurch in Bewegung kommen werden. Im Mai haben wir viele Möglichkeiten für diese Meisterschaft und du schaffst das. In tiefe Liebe und Freude, dass du da bist. Danke für es zu hören und danke, dass es dich gibt. Und weißt du, in April beginnt unser Retreat, der dauern wird sechs Monate lang. einmal in der Woche werden wir uns sehen, live. Mit Aufzeichnungen, wenn du nicht die Zeit hast, bei uns in den Live-Ubertragungen dabei zu sein. Ab Januar beginnen wir ein bisschen mehr über diese großartige Retreat des Herzöffnung, in dem wir arbeiten werden mit Menschen, mit fast jeder von uns hat eine traumatische Erfahrung erlebt, mit Traumata, um sie zu heilen, um sie zu sehen. Einen besonderen Pluspunkt wollen wir auch angeben an unsere wundervollen Ahnen und Vorfahren und Menschen, Familien, die besonders den Nachkriegzeiten geprägt haben. Es ist Zeit zu lieben, es ist Zeit dein Herz zu öffnen, es ist Zeit zu vergeben und es ist Zeit ja zu dir zu sagen in tiefe Liebe danke, dass es dich gibt und tschüss. Tschüss.